Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS Family Podcast, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna, vor 17 Jahren noch verzweifelte Mama eines ADHS-Kindes, aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 21-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Bevor es aber mit der Episode losgeht, lasst mich noch darauf hinweisen, dass ich in meinem Podcast immer nur von ADHS spreche, weil das in der Fachwelt so üblich ist. Gemeint ist damit aber auch immer die verträumte Variante der ADHS. Ja, ihr Lieben, wie in der vergangenen Woche bereits angekündigt, gibt es heute eine Jubiläumsfolge, denn ihr hört gerade die 100. Episode des ADHS-Family-Podcasts. Als ich vor fast zwei Jahren mit dem Podcast gestartet war, hätte ich nie und nimmer gedacht, dass es zu den uns alle so sehr beschäftigenden vier Buchstaben, bei manchen auch nur drei, so viel zu sagen geben würde. Doch es tauchen ständig neue, spannende Themen und Fragen auf und immer wieder treffe ich Menschen, die mit mir und den Hörern ihre Erfahrungen im Interview teilen, sodass ich zuversichtlich bin, dass es mindestens noch mal 100 Episoden geben wird. Gut, bevor wir aber einen Blick auf diese ersten 99 Folgen werfen, lasst mich euch noch sagen, dass ihr euch das PDF zur heutigen Folge unter www.adhshilfe.net slash 100 Folgen herunterladen könnt. Ihr bekommt darin einen detaillierten Überblick über alle bisherigen Episoden des ADHS-Family-Podcast, eine genaue Aufstellung aller Links zu den einzelnen Episoden, eine thematische Zuordnung der jeweiligen Folge und auch eine Aufstellung aller Links zu den dazugehörigen Leitfäden. Ich verlinke zu dem PDF in den Shownotes. Gut, dann können wir auch schon loslegen. Beginnen wir mal mit dem für mich wichtigsten Thema und das ist die medikamentöse Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Denn sie ist für mich neben der Erziehung eine der beiden unabdingbaren Säulen für eine gelungene Begleitung unserer Kids ins Erwachsenenalter. Startet, wenn ihr euch zum Thema Medikamente schlau machen wollt, am besten mit Episode 89, denn darin wird alles Wesentliche kompakt zusammengefasst. Und wenn euch dann noch mehr interessiert und ihr noch immer unentschlossen seid, hört euch als nächstes unbedingt die Episode 55 an, denn die thematisiert nochmals ausführlich, warum unsere Kids Medikamente brauchen, weil sonst ihr Selbstwert ganz schnell in den Keller rasselt und das oftmals der erste Schritt in eine Drogenkarriere ist. Weitere Folgen zum Thema Medikation sind die Podcasts 1 bis 4, wo ich einen einführenden Überblick über die wichtigsten Überlegungen zur Entscheidung Medikamente Ja oder Nein gebe und die Episoden 10 und 12, wo ihr mit spannenden Fallbeispielen noch eine weitere Entscheidungsgrundlage bekommt. In Episode 67 geht es dann darum, wann bereits im Kleinkindalter medikamentöse Unterstützung angezeigt ist. In Podcast 68 spreche ich mit einer betroffenen und in Bezug auf Medikamente sehr belesenden Mutter über die Eindosierung bei Medikamenten und worauf in dieser sensiblen Phase zu achten ist. Und in Folge 69 geht es dann um eine sehr häufig gestellte Frage. Ob man mit Medikamenten auch das Sozialverhalten des Juniors beziehungsweise des Mädels in den Griff bekommen kann. Spoiler-Alarm! Ja, man kann, aber teilweise über Umwege. Dabei manchen Kindern die Medikamente aber nicht so wirken, wie sie sollten, beziehungsweise auch von Nebenwirkungen begleitet werden können, widmet sich Podcast 90 der Hirnfunktionsanalyse, die in vorerst leider noch viel zu wenigen Diagnoseeinrichtungen einen Hinweis darauf gibt, welches Medikament für ein Kind mit ADHS, je nachdem was die Analyse ergeben hat, am ehesten geeignet ist. Und die vorerst letzten beiden Episoden zum Thema Medikation sind Folge 92, in der es Antworten auf die Frage gibt, ob man in den Ferien und am Wochenende die Medikation aussetzen soll, beziehungsweise Folge 93, wo es darum geht, inwieweit Kinder in den Dosierungsprozess bei ADHS-Medikamenten mit einbezogen werden sollen. Wer im Übrigen denkt, dass er ADHS mit alternativen Therapien in den Griff bekommen kann, der sollte sich unbedingt Episode 6 anhören, in der ich unter anderem berichte, welchen Erfolg wir selbst bei unserem betroffenen Sohn mit verschiedenen alternativen Mitteln hatten. Achtung, nochmal Spoiler-Alarm! Während diese Mittel extrem gut bei vielen anderen Erkrankungen helfen und ich wirklich ein Fan von Homöopathie und Co. bin, zeitigten sie bei unserem Sohn bei den Symptomen der ADHS nicht mal die geringste Wirkung. Und mit dieser enttäuschenden Erfahrung bin ich, das kann ich euch nach all den Jahren in der ADHS-Szene verraten, nicht alleine. Den zweiten großen Themenkomplex, der für mich ebenfalls oberste Priorität in der Begleitung von Kindern mit ADHS hat, bilden sämtliche Episoden zum Thema ADHS-Adäquate Erziehung. Dazu gibt es daher ganz viele Podcasts. In Folge 14, 18 bis 20, 46 und 87 geht es um Regeln, Grenzen und Konsequenzen. In den Folgen 64 bis 66 ebenso, aber da stehen vor allem jüngere, hochgradig von ADHS-betroffene Kinder im Vordergrund. Da sämtliche Regeln, Grenzen und Konsequenzen aber keinen Erfolg haben, wenn nicht auch auf die Bedürfnisse und Gefühle der Kinder eingegangen wird, bespreche ich in den Folgen 15, 47 und 63, wie erzieherische Maßnahmen durchgesetzt werden können, sodass sie von unseren so willensstarken Kindern auch angenommen werden können. Was gerade im 21. Jahrhundert ebenfalls ganz wichtig ist, ist die Kids so zu begleiten und groß werden zu lassen, dass sie sich innerlich auch erfüllt fühlen. Hört euch zu diesem Thema gerne die Podcasts 24 und 25 sowie 71 und 72 an. Denn in Episode 24 und 25 geht es um das Mithelfen daheim, das den Kids zum einen ein Gefühl von Daseinsberechtigung vermittelt und wodurch sie zum anderen bereits in jungen Jahren viele Lebensfertigkeiten erwerben, die später einmal wichtig sind, um im erwachsenen Alltag gut zurechtzukommen. Und in den Folgen 71 und 72 geht es darum, wie ihr dafür sorgen könnt, dass eure Kids im Zeitalter von Handy, Videogames und Wegwerfkultur eine Chance auf Selbstverwirklichung, Lebensglück und innere Erfülltheit bekommen. Also auch zwei ganz wichtige Episoden. Weitere Folgen zum Thema Erziehung sind die Podcasts 73 bis 77, denn darin geht es dann um Fragen, die sich gerade Eltern mit ADHS öfter stellen beziehungsweise um Schwerpunkte, die für Kinder mit ADHS unendlich wichtig sind, die wir im hektischen Alltag aber oftmals aus den Augen verlieren. Zu diesen wichtigen Fragen gehört vor allem jene, wo die goldene Mitte zwischen zu streng und zu nachgiebig liegt. Gerade bei Kindern mit ADHS ist diese Entscheidung oftmals sehr schwer zu treffen, da unsere Kids einerseits sehr starke Leitwölfe als Eltern brauchen, die ganz konkrete Vorgaben machen, andererseits tendiert man aber gar nicht so selten dazu, aufgrund der Prügel, die dieses Syndrom unseren Kids ständig zwischen die Beine wirft, vor Regelbrüchen und Grenzüberschreitungen immer wieder mal die Augen zu verschließen. Wenn ihr euch in diesem Dilemma auch öfter mal wiederfindet, dann ist Episode 73 gerade richtig für euch. Was in solchen Situationen meist auch hilft, ist Bauchgefühl. Doch nicht nur bei der Frage, ob man zu streng oder zu nachgiebig ist, ist Bauchgefühl wichtig, sondern auch bei ganz vielen anderen erzieherischen Angelegenheiten. Und genau darum geht es in Podcast 74. Episode 75 gehört für mich zu den wichtigsten im ADHS-Family-Podcast. Wir alle reagieren oft erzieherisch sehr ungünstig auf unseren doch recht fordernden Nachwuchs, was aber häufig nur deshalb passiert, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, genau hinzuhören und hinzuspüren, was unser Kind gerade braucht. Zu sehr sind wir meist von Alltag und Beruf gefordert und so kommt es öfter, als uns lieb ist, durch diesen Mangel an Achtsamkeit und Präsenz unsererseits zu unwirschenden Reaktionen, auf die unsere Kids wiederum mit oppositionellem Verhalten reagieren. Wie man aus dieser Spirale herauskommen kann, ist eben Thema von Podcast 75. In Episode 76 geht es ebenfalls um ein sehr wichtiges Thema und zwar sind das Lob und Anerkennung, die wie ein Dünger für den Selbstwert und das Selbstbewusstsein unserer Kinder wirken. Viel zu häufig haben wir nur die Mängel und die Verfehlungen unserer Kids im Blick und sehen oft all die positiven Dinge, denen gelingen, gar nicht mehr. In Episode 76 möchte ich euch daher vor Augen führen, wie wichtig Lob und Anerkennung sind, wie man sein Bewusstsein für die kleinen, positiven Errungenschaften im Alltag schärfen kann und wie man seinem Kind sagen und zeigen kann, wie sehr man sich über seine Bemühungen freut. Neben Lob und Anerkennung sind auch Gespräche mit unseren Kindern unendlich wichtig für ihr seelisches Gedeihen. Sie sind wieder Klebstoff für unsere Beziehung mit ihnen und fördern ihre Entwicklung in vielerlei Hinsicht. Und genau darum, aber auch wie man vor allem ältere Kinder zu solch wichtigen Gesprächen bringen kann, geht es in Podcast 77. Ein weiteres wichtiges erzieherisches Thema ist die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten, damit unsere Kinder im Erwachsenenleben einmal gut zurechtkommen und auch ein beruflich erfülltes Leben führen können. Doch gerade bei Kindern mit ADHS ist die Grenze zwischen fordern, fördern und überfordern oftmals sehr schmal und nicht selten fragen wir uns, wie viel Unterstützung wir unseren Kindern geben sollen, um sie einerseits eben nicht zu überfordern und ihnen aber andererseits nicht zu viel unter die Arme greifen, damit sie selbstständig werden können. Dieser Frage widmen sich Episode 82 und 83. Gute Lieben, das waren Sie die Folgen zum Thema Erziehung. Wer gerne eine Zusammenfassung der wichtigsten Eckpunkte einer ADHS-gerechten Erziehung hätte, findet die in Podcast 49. Und diejenigen, die mehr als das in den Podcasts Gesagte wissen möchten, beziehungsweise sich dabei eine persönliche Begleitung von mir wünschen würden, die sollten sich Episode 29 anhören. Denn da stelle ich euch mein Elterntraining vor, das bereits in ganz vielen Familien eine Wende in Alltag und Schule gebracht hat. Lest dazu gerne mal die Kommentare von ehemaligen Teilnehmern direkt unterhalb des Podcasts auf meiner Seite. Ich verlinke zur Episode 29 in den Shownotes. Ein weiteres riesengroßes Thema ist die Schule. Je älter die Kinder werden, desto mehr Zeit verbringen sie dort und desto höher werden die Anforderungen. Viele Lehrkräfte werden zum Thema ADHS aber leider kaum oder gar nicht ausgebildet und so prallen hier oft zwei Welten mit einer Wucht aufeinander, die dem Urknall Konkurrenz macht. Denn Kinder mit ADHS sind nun mal fürs Stillsitzen, konzentriert zuhören, aufmerksam sein, sich organisieren, die Zeit im Blick haben und das soziale Zurechtkommen in großen Gruppen nicht gemacht. Aus diesem Grund gibt es auch eine Vielzahl von Episoden zu diesem Thema im ADHS-Family-Podcast. In Folge 28 geht es da gleich mal um die idealen Bedingungen von Homeschooling. In den Episoden 39 bis 42 gehen wir der Frage nach, ob in den Sommerferien gelernt werden sollte und vor allem auch, wie man mit den Kindern lesen, schreiben und rechnen üben kann, ohne dass sie vor einem Buch oder Heft sitzen. Sprich, es geht um Lernmöglichkeiten, ohne dass die Kids merken, dass sie lernen. In den Episoden 50 und 51 gehe ich mit Nathalie, einer Grundschullehrerin, die selbst einen Sohn mit ADHS hat, der Frage nach, wie die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhausgut klappen kann. Diese beiden Episoden sind extrem informativ, denn Nathalie kennt die Situation ja sowohl aus der Sicht einer Lehrkraft, als auch aus dir, einer Mutter. Eine sehr wichtige Folge ist auch jene zum Nachteilsausgleich, da es sich dabei um ein überaus vielseitiges Instrument zur Entlastung betroffener Kinder und Jugendlicher in schulischen Belangen handelt. Wenn Kinder mittels Nachteilsausgleich unterstützt werden, so hat das einerseits für ihren schulischen Erfolg in der Regel enorm günstige Auswirkungen, aber noch viel wichtiger auch für ihre seelische Entwicklung, da ein gutes Vorankommen in der Schule für ihren Selbstwert überaus wichtig ist. In Podcast 57 verrate ich euch, wie man die Schulmaterialien am besten organisieren und so mit ein paar Kniffen Ordnung ins Chaos von Heften, Büchern, Mappen und Losenzetteln bringen kann. Und im Podcast 58 fasse ich meine Top-Strategien für die schulische Begleitung von Kindern mit ADHS zusammen. Die wichtigste Episode im Zusammenhang mit der Schule ist im ADHS-Family-Podcast aber die Folge 56. Denn darin geht es um den Stellenwert der Schule im Leben unserer Kinder. Wir leben in einer Zeit, in der der schulische Erfolg über alles gestellt wird und uns die Gesellschaft und die Medien Glauben machen, unsere Kinder würden nur mit einem guten schulischen Abschluss Erfolg im Leben haben. Dass ich persönlich hier eine ganz andere Meinung habe und wir in unserer Familie hier einen ganz anderen Weg gegangen sind, erfahrt ihr in Podcast 56. Und der hängt auch sehr eng mit der Folge 88 zusammen, in der es um die Frage der richtigen Schulwahl für unsere Kinder geht. Ein ganz wichtiges und oft problembehaftetes Thema in Familien mit ADHS sind die Geschwisterdynamiken. Es ist schon in nicht betroffenen Familien nicht einfach, seine Kinder so zu begleiten, dass es zu keinen Geschwisterrivalitäten und Dauerstreitereien kommt. Aber in einer Familie, in der ein oder mehrere Kinder ADHS haben, ist Dauerzoff zwischen den Geschwistern vorprogrammiert. Diesem Problem widmen sich die Episoden 34 bis 37. Und da Haustiere sozusagen ebenfalls zur Familie gehören, erwähne ich die an dieser Stelle auch gleich mal. Denn in den Episoden 43 bis 46 geht es um die Wichtigkeit von Tieren im Leben von Kindern mit ADHS. Ein weiteres Thema sind natürlich die Ursachen der ADHS, über die ich euch in Episode 9 berichte. Und die sind auch oftmals der Grund dafür, warum Kinder und Jugendliche mit ADHS Probleme mit dem Ein- und Durchschlafen haben. Was man bei Schlafstörungen tun kann, verrate ich euch deshalb in Episode 26 und 27. Tja, und wer auch etwas Positives zu diesem Syndrom hören will, der sollte mal bei den Episoden 7 und 8 sowie in den letzte Woche erschienenem Podcast 99 reinhören. Denn ADHS bringt auch ganz viel Gutes mit sich. Aber leider verschwinden all diese tollen Eigenschaften, Charaktermerkmale und Talente oft unter dem Berg an Problemen, die das Syndrom mit sich bringt. Was das alles ist und welche Auffälligkeiten und Verhaltensweisen sich aufgrund der ADHS ergeben, ist Thema der Episoden 94 bis 99. Hört euch diese sechs Folgen gerne an. Ich habe da schon ganz viele Nachrichten und Zuschriften von Eltern erhalten, die mir erzählt haben, wie oft sie ihr Kind in diesen Episoden wiedergefunden haben und dass sie nun ganz sicher sind, dass die Diagnose stimmt. Dass bei all diesen Herausforderungen wir Eltern auch Unterstützung brauchen, liegt auf der Hand. Deshalb habe ich für euch in den Episoden 13 und 21 bis 23 Möglichkeiten zusammengefasst, wie ihr das Leben als Mama oder Papa von einem oder mehreren Kindern mit ADHS besser meistern könnt. Teilweise geht es um organisatorische Kniffe in diesen Episoden, teilweise um das Thema Kraft tanken und sich Unterstützung holen. Und in den Folgen 79 bis 81 gehe ich darauf ein, wie es ist, als selbst von ADHS betroffene Mutter oder betroffener Vater ein Kind mit diesem Syndrom zu begleiten. Denn ein großer Teil der Eltern ist, ob sie es wissen oder nicht, ebenfalls von ADHS betroffen, da ADHS hochgradig vererbbar ist, worüber ihr in Episode 5 mehr hören könnt. Wichtig ist jedenfalls, dass ihr wisst, wie ihr eure Kids als selbstbetroffener Elternteil gut begleiten könnt. Und das erfahrt ihr, wie gesagt, in den Episoden 79 bis 81. Schließlich gibt es auch einige Episoden, die euch schon einen Ausblick auf das Erwachsenenleben mit ADHS, das eure Kinder ja irgendwann mal erwartet, geben. In den Folgen 59 und 60 erklärt Jörg Dreher, ein Psychologe und Psychotherapeut, wie aus Kindern mit ADHS stabile Erwachsene werden können. In den Episoden 61 und 62 berichtet Ralf von Erwachsenen mit ADHS aus seiner Selbsthilfegruppe und gibt uns einen Einblick in gelungene und weniger gelungene ADHS-Karrieren. Und in Episode 70 erfahren wir von Stefan Ray, wie er mit 45 Jahren zu seiner Diagnose kam und welchen Segen die Medikamente dann für ihn in diesem fortgeschrittenen Erwachsenenalter bedeutet haben. Ähnliches erzählt uns Margot Lepuschitz, deren ADHS sogar noch später diagnostiziert wurde, in den Folgen 84 und 85, die den Stirn dann aber gleich bei den Hörnern gepackt hat und ihren 47 Jahre lang dauernden Leidensweg zu ihrer beruflichen Leidenschaft als ADHS-Coach gemacht hat. Ja, ihr Lieben, das waren die Highlights der ersten 99 Episoden des ADHS-Family-Podcasts im Schnelldurchlauf. Im begleitenden PDF dieser Folge findet ihr, wie gesagt, nochmals alle Themen, sowie die dazugehörigen Links und die entsprechenden Leitfäden. Herunterladen könnt ihr euch das PDF zu dieser Folge unter www.adhshilfenet.com www.adhshilfenet.com Dann bedanke ich mich für eure Treue, würde mich freuen, wenn ihr den ADHS-Family-Podcast auf der Plattform bewerten würdet, auf der ihr ihn hört, oder auch gerne auf meiner eigenen Seite und hoffe, dass ich euch auch nächste Woche wieder im ADHS-Family-Podcast begrüßen darf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.adhshilfenet.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.